In Düsseldorf entsteht eine neue Stadtbahnlinie. Die U81 wird Flughafen, Stadion und Messe mit der Innenstadt verbinden. Dieses komplexe Infrastrukturprojekt führt auf Rampen durch die Luft und in den Untergrund. 4.900 Tonnen Stahl werden für die Nordsternbrücke verbaut. Für die Tunnel und den neuen unterirdischen Bahnhof 28.000 Kubikmeter Beton. In einem engen Zeitrahmen funktioniert das nur im Team mit dem Kunden und allen beteiligten Unternehmen. Mit klar definierten Zielen und einem konstruktiven Austausch. So planen und bauen wir partnerschaftlich komplexe Infrastrukturprojekte für den öffentlichen Personennahverkehr. 2.500 Tonnen Stahl